Robert De Niro ist kürzlich zum siebten Mal Vater geworden. Die Freundin des Hollywood-Stars hat nun über gesundheitliche Probleme nach der Geburt gesprochen. Demnach habe sie sämtliche Gesichtsfunktionen verloren. Vor wenigen Wochen überraschte Robert De Niro, 79, die Welt mit einer Baby-News. Heimlich, still und leise war der Hollywood-Star zum siebten Mal Vater geworden. Seine Partnerin Tiffany Chen, 45, hat die gemeinsame Tochter Gia Virginia zur Welt gebracht. Doch jetzt hat die frischgebackene Mama über Komplikationen nach der Geburt gesprochen. Robert De Niro, seine Freundin hatte postpartale Probleme. In einem Interview mit Gail King, 68, für die Sendung CBS Mornings erzählte Chen von plötzlich auftretenden, beängstigenden Postpartalen-Problemen. Als ich nach Hause ging, hatte ich das Gefühl, meine Zunge fühlte sich seltsam an, so Chen Piepel zufolge. Es fühlte sich ein wenig prickelnd an. Es wurde gerade ein bisschen taub, beschreibt sie weiter ihre Symptome. Und dann merkte ich, dass sich mein Gesicht einfach komisch anfühlte. Ich wusste nicht, was für ein Gefühl ich hatte. Es fühlte sich komisch an. Tiffany Chen Ich verlor sämtliche Gesichtsfunktionen. Sie habe das Gefühl gehabt, als würde alles in sich zusammenfallen. Als würde mein Gesicht in sich zusammenschmelzen, so Chen. Als sie versucht habe, etwas zu essen, sei alles wieder herausgekommen. Ich konnte nichts essen. Ihr Arzt habe ihr geraten, sofort in eine Klinik zu fahren. Sobald ich ins Krankenhaus kam, verlor ich sämtliche Gesichtsfunktionen, sagt sie. Schließlich sei bei ihr eine sogenannte Bell-Lähmung diagnostiziert worden, ein plötzlich auftretendes Schwächegefühl auf einer Seite des Gesichts.